doch irgendwie holzdach warte ich muss mal kurz im browser nehmen und mal gucken wie so ein sind denn die mittelalter auch mal ein bild dazu rathaus grün gibt es auch also gar nicht so verkehrt die häuser sind meistens nicht rot das ist hier ist ein rotes haus was hat denn das für eine ziegel wird ein berg leider nicht angezeigt da bräuchte ich mal ein anderes bild weil das ist tatsächlich das rot was wir haben das hätte ich ja gar nicht gedacht das ist immer nur könnt ihr das ding mal von der anderen seite zeigen auf dem foto das ist echt schick aber ich sehe halt das dach nicht rot nee das ist aber nicht das rathaus schwarz oder braun oh ja schwarz wäre gut oh ja da müssen wir aber in nähter da müssen wir in den neue in den neuen nähter sogar hm blackstone blackstone treppen oh yeah das heißt in den neuen nähter moment lasst mich das hier mal entsorgen weil ich platz brauche beschlossene sache blackstone nether blackstone nether äh die raketen die an mir darum fliegen ist wahrscheinlich keine gute idee hab ich schon so hier die schalker boxen habe ich auch gebaut ne hab ich gar nicht erzählt und hab sie eingefärbt drei stück sind bei rumgekommen ähm meine brustplatte an rüstung ist ja weg ne genau ich packe die rockets mal hier rein 22 nehmen wir mal mit ähm ender chest die nehmen wir auch mal mit zip touch ist das ich müsste das eigentlich mal umbenennen wartet mal so viel ep haben wir noch und ich brauche einen goldteil weil im meter rennen die rennen die viecher jetzt rum die die mich hassen sonst silky wie sonst so dann brauche ich noch mal diamanten weil ich habe keinen keinen brustpanzer mehr ach so das ist quatsch das wäre zu ober aus blöcken ähm ich brauche mal eine neue rüstung äh ne warum ich habe zu lange keine rüstung gebaut brauchte das bastardo nicht ich hatte ja meine so das elytra lassen wir mal hier dass es mir noch abbrennt mhm hab ich hab ich ja hab ich quatsch toll so und der kommt auch weg dann das haben wir an wir brauchen irgendwas das smart protection mending nehmen wir mal einen helm ich habe da sicherlich hier oben noch einen goldhelm irgendwo genug zeug rausgeholt die angelmaschine habe ich auch abgerissen das habe ich auch noch nicht erzählt logischerweise unbreaking fire protection blast protection fire protection respiration ähm ja lohnen nehmen wir den egal so denn die piglins die mögen uns sonst nicht die hassen uns dann und dann gehen wir mal in den neuen nähtag da war ich noch gar nicht moment bogen wäre eine gute idee ein bogen wäre eine gute idee mending bogen nee power punch und unbreaking infinity der bogen ist zwar fast im eimer aber ich habe das ding eigentlich auch irgendwo wieder repariert wahrscheinlich im fletschers table mittlerweile oder oh ich habe doch oh jetzt habe ich zwei dabei moment ähm ich habe gar nicht gesehen dass ich einen bogen dabei habe so ein paar blöcke wären nicht schlecht noch aber um was zu bauen falls wir es brauchen dann nehmen wir ein bisschen koppel mit so dann auf sie mit gebrüll blackstone ja blackstone schwarzes dach definitiv das will ich haben aber ob ich das jetzt finde auf die schnelle wie gesagt overworld entdeckung da bin ich auch noch nicht zufrieden mit der wird auch noch ein bisschen nach oben rausgezogen der turm so Tür auch hinter mir wieder zu damit niemand nachspawn nachläuft das mit dem mending ist das machen wir vielleicht ein andermal ich wollte eigentlich den villager mal uns einen rabatt gewähren lassen das machen wir vielleicht beim nächsten mal wir müssen mal gucken so willkommen im alten nether gehen wir mal nach hier ich glaube da waren wir noch nicht groß zombie piglins die tun es eh nix wenn wir nicht angreifen orsa mal da gibt achso ich hätte wahrscheinlich mal nach oben raus gemusst zentrale kammer genau world's end achso nee ich muss doch nach oben raus tolle idee wenn dann gas drum fliegt so und oben sind blaze drauf großartig das macht jetzt auch nicht gerade besser so zufrieden bin ich mit dem meter schon lange nicht mehr was das hier angeht aua na toll zack wer hat euch das eigentlich gestattet kollegen oh ich sterbe gleich ich sterbe gleich shit na toll best idee ever ich hätte mal eine feuer feste potion mitnehmen sollen so fire protection tragen was shit so 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 Er nur wieder. Lass den Scheiß. Alter, Marshmallow. Das kann ja was werden, ey. Das wird bestimmt genauso lustig wie das World's End. Ich sollte vielleicht doch eher das Schwert benutzen. Kann ich ein bisschen Tennis spielen mit den Ghasts. Hier haben wir eine Netafestung, eine alte. Diese Ecke sieht eigentlich relativ okay aus. Ach, hier waren wir auch schon mal drin. Schmerz, was war das denn? Oh, wir glänzen. Müssen wir bloß auffassen, wenn die hier irgendwo rumrennen und ich habe eine Truhe, die darf ich nicht aufmachen, weil sonst kriegen die die Macke. So. Weiß ich bloß nicht wie weit ich überhaupt hier schon mal war. Na mal gucken. Das sieht aus, als wenn wir hier schon mal waren. Das sieht auch noch alt und näher aus alles. Wir gucken mal. Was ist das jetzt? Silke? Nee. Oder Silky. Ne Malaki. Und gleich noch ein bisschen Neta-Quarz mitnehmen, wenn wir welches finden. Das ist ein ganz, 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 ganz alte Neta hier. Teilweise, wo überhaupt noch gar kein Neta-Quarz gespawnt ist. So. Klausel. Ja, nehme ich mit. Den Klo-Stein nehme ich mit. Klausel. So. Fast ein ganzes Deck. Noch mehr. So, dann wartet mal. Dag, die Herren. so dass wir wissen hier geht es rein gespannt ob wir blackstone kriegen ja boi Wenn zur Not kann ich mich auch zurück Teleportieren Oh, da ist Nederquartz Das sieht schon mal gut aus Alter, mit dem Schäder Dein Neder, ne? Das ist Unfassbar Ich jetzt Ich bin ein Dully, ich hab vergessen Die Endergest mitzunehmen Scheiße Egal Dann muss es so gehen Ähm Das waren alles noch Alternator Soulfeuer Ähm Das war die Dutzung Das war die Dutzung Also Das war die Dutzung Das war die höre schweine so sein das kommt mit damit es wenig ein bisschen lohnt hier ich hätte auch Basalt nehmen können da hätte ich ein Basalt generator für bauen können aber ich frage mich gerade ob Basalt so sage ich mal Treppen und so für gibt ich weiß das gar nicht muss ich testen Block habe ich noch gar nicht benutzt ich weiß dass es ihn gibt aber das war es auch im Großen und Ganzen ich hoffe mal hier kommt mir keine Lava in die Quere denn die liebe Lava ist im Nähter so schnell wie Wasser in der Oberwelt das macht richtig Spaß mit der Spitzhacke ich höre jedenfalls Schweinchen ich sehe sie auch auf der Map hier kommt Lava ich frage ob das ein See ist unter uns so sieht es nämlich aus das das ist ein neuer Nähter das ist Basalt äh Delta Gravel oh shit strider hmm okay Ich hatte auch überlegt, mein... Oh, Heatherick. Ach, ich bin tot. Das ist ja normal. Ich hatte auch überlegt, meinen Nähter einfach komplett nochmal glatt zu machen. Und neu, aber das... Nee. Ich behalte den so. Ich habe die Karte jetzt seit fast zehn Jahren. Basalt. Blackstone. Oh, ja. Das ist das, was ich will. Blackstone. Das ist schön. Das ist genau das, was wir brauchen. Ideal. Magma-Blöcke. Können wir auch brauchen. Das hier brauche ich nicht. Das können wir ja mal so feuchtfröhlich wegschmeißen erst mal. Was ich jetzt mal mache, ist folgendes. Ruddeln wir mal ein Loch. Sehr schön. Mache ich mal den da. Dass mir irgendwas ins Kreuz springt. Wie nennt Garst. Ähm. Polished Basalt. Okay. Nicht Stairs. Doch, warte mal. Stairs ist doch richtig, oder? Äh. Slap. Hä? Achso, weil ich keine Crafting Table habe. Aber ich weiß gerade nicht. Da. Recipes. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Oh. Ich habe nicht aufgepasst, wie wir beim Thema sind. Wie viel tatsächlich jetzt Ob das Basalt halt auch Treppen hat. Glaube nämlich nicht. Blackstone ist ziemlich gut. Das ist genau das, weswegen wir hierhergekommen sind. Bisschen Basalt können wir mitnehmen. Richtig cool aus. Vor allem auch in diesem Texture Pack. Können wir mal den machen, falls wir flitzen müssen. Wegen Lava und so. Hätte jetzt ja auch noch so eine Festung so ein bisschen gehofft. Aber das können wir ja dann aber später mal machen. Blackstone. Oh, Blackstone. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen fürs Dach. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Wo haben wir denn jetzt einen Stack? Das ist nicht so die Welt. Wir machen mal Das hört sich an, wie radioaktiv versorgen. Na toll. Wir machen mal so zwei, drei Stacks. Das ist das Feuer, was knistert. Okay. Und dann gehen wir mal zurück. Ja, moin. Ähm. Dann gucken wir mal, wie das überhaupt aussieht. Sagen wir es mal so. Weil nicht, dass ich hier das ganze Biom abbaue. Hände mir bitte nicht in die Spitzhack gedanken. Und, ähm. Weil nicht, dass ich, wie gesagt, dass ich hier wirklich alles leer mache. Und dann gefällt es nachher nicht. Dann war es umsonst. So teilweise. Gut für spätere Bauern. Wahrscheinlich noch geil. Aber. Fürs Erste. Ich meine, ich habe das am dunklen Turm, habe ich das im Creative benutzt. Ich habe das im Bis zum nächsten Mal.